Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Die Ehe, das ist die größte Falle. Das hat einmal die französische Philosophin und Schriftstellerin Simone de Beauvoir gesagt, aber keine Sorge, wir werden hier wahrscheinlich nicht über die Ehe diskutieren, sondern über einen neuen Netflix-Film, nämlich die südkoreanische Action-Comedy Mission Cross, die seit dem 9.8. auf Netflix zu finden ist. Und, das mache ich, Johannes, natürlich nicht alleine. An meiner Seite, fast wie mein Podcast-Ehemann, ist Zero. Hallo! Hallo und danke für diese nette Anmoderation. Ich hatte anfangs ein bisschen Sorge, dass wir heute ein bisschen ins Feuilleton gehen, wie du angefangen hast, aber ich bin beruhigt, wir sind da noch nicht ganz gelandet. Ja, ich habe auch erst überlegt, ob ich dich gleich so als Einstiegsfrage fragen soll, was du zur Ehe sagst, aber ich glaube rein von dem auch, was dieser Film uns anbietet, so vom Level her, ist das glaube ich nicht die richtige Frage, oder? Ach, äh, nö. Früher, ganz ehrlich, früher habe ich immer gesagt, vor 30 nicht heiraten. Ja, die 30 habe ich jetzt auch schon ein bisschen überschritten, ein bisschen ist auch ein bisschen untertrieben. Ja, also irgendwann vielleicht nochmal, aber ist auch okay, wenn ich mehr Steuern zahle. Einer muss ja das Land am Laufen halten. So, das ist doch eine sehr gute Einstellung. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Fakten zum Film. Mission Cross, im Original Cross-Hoo, also einfach kreuz auf koreanisch, geht knapp 100 Minuten. Die Regie und das Drehbuch hat Lee Mai-Jung-Hoon gemacht, beides das erste Mal, also ein Regie-Debüt und die beiden Hauptrollen spielen Jomsong-Ai. Das ist eine sehr bekannte koreanische Schauspielerin, die man hier im Westen vielleicht am ehesten durch Tale of Two Sisters kennt und jetzt zuletzt in den Alien-Night-Filmen auch zu sehen war. Und die andere Hauptrolle spielt Hang-Jung-Min, den kennen viele vielleicht auch ein sehr bekannter südkoreanischer Schauspieler durch Bittersweet Life oder auch schon etwas jetzt, ich glaube The Wailing ist auch schon ein paar Jahre her, aber doch einer der neueren Filme. Und die beiden spielen ein Ehepaar. Und was den beiden passiert, Zero, erzähl doch mal, was ist da los? Was ist da los im Hause Young Park, nenne ich es jetzt mal, so sind die Vornamen, naja. In dem Haus bei den beiden ist eigentlich ganz alles nett geregelt. Er ist der Hausmann, sehr fleißig, kocht, putzt, alles sehr ordentlich und sie ist bei der Polizei in einer Spezialeinheit und ist eher so, ja, könnte man schon sagen, ein bisschen buschig kurz veranlagt und haut auch schon mal auf den Tisch, wenn ihr was nicht passt. Und man hört auch gleich von ihr aus der Aufstimme, wie sie so auch über ihr E-Leben da so denkt, auch immer ein bisschen so flapsig. Und ja, er hat aber noch ein Geheimnis, wovon sie nichts weiß, denn früher hatte der ja noch ein anderes Leben. Und das gibt dann noch mal ein paar Irrungen und Wirrungen im weiteren Verlauf, denn seine Frau glaubt, er geht ihr fremd. Doch er ist dabei eigentlich eher alten Freunden zu helfen und das ist dann so richtig schön, bisschen Screwball, bisschen Crime-Comedy und viel, viel Action. Und das erwartet uns in dem Film. Auf jeden Fall. Ich finde es ganz spannend, ich habe das Gefühl, wenn man so im Westen über so südkoreanisches Kino redet, besteht das Gefühl nur aus zwei Sachen. Das ist einerseits so der düstere, harte Thriller, wo Männer in Anzügen irgendwie sich gegenseitig Gewalt antun und irgendwie harmlose K-Dramen, wo dann irgendwie eine Staffel aus 16 Folgen A-Stunde passiert und dann in der letzten Folge halten sie Händchen. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber Sero, wie stehst du denn zum südkoreanischen Kino? Oh, eigentlich, also ich muss jetzt schnell überlegen. Ich sage bestimmt noch was Falsches, weil ich immer die ganzen Länder verwechsel. Südkorea ist The Raid. Nee, The Raid ist Indonesien. Ja, das war mir klar. Gleich erstes Ding verhauen. Südkorea ist zum Beispiel Oldboy. So, Oldboy finde ich super gut. Es gibt, glaube ich, auch da sehr viele Filme, die ich super gut finde, nämlich wo du gerade aufgezählt hast, natürlich The Wailing. Ich habe auch einen anderen Film von dem Hauptdarsteller schon gesehen, der auch auf Netflix läuft, nämlich Killboxun, fand ich auch richtig unterhaltsam. Das sind natürlich alles Filme, die ein bisschen hart sind, wird mit Gewalt gar nicht gegeizt. Das kommt mir immer gut entgegen. Aber sie haben auch meistens eine tolle Geschichte und immer gute Schauspieler. Und vor allem sind die Gesichter jetzt für mich komplett nicht verbraucht, weil ich sehe die ja sonst kaum. Und das finde ich auch immer ganz gut, dass man ein paar neue Gesichter hat, die nicht so an Rollen irgendwie festgetackert sind. Und ansonsten, ich gucke da gerne rein, was es da Neues gibt, aber auch gerne ein bisschen abseitigere Sachen. Da wird ordentlich was geboten. Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist immer ein super qualitativ hochwertiges Kino, zumindest das, was nach Deutschland kommt. Das wird bestimmt auch Trash in Südkorea. Aber also, ne, keine Ahnung, Parasite war ja auch ein Ultra-Hit auf jeden Fall. Ich hole da aktuell so ein bisschen nach. Ich habe zum Beispiel sehr krasse Empfehlungen, ist auch bei Prime im Abo New World. Das ist so ein düsterer Gangster-Thriller. Geht so ein bisschen Richtung, weiß nicht, Infernal Affairs oder der Pate vielleicht. Um mal hier die ganz großen Vergleiche anzumachen. Natürlich spielt da auch Han Jung-Min mit, aber auch Choi Min-Sik, den man aus Gold Boy kennt. Oder auch Lee Jong-Jae, den ja viele aus Squid Game kennen. Oder zuletzt The Acolyte. Jetzt ist aber ja Mission Cross eine Action-Komödie. Und da frage ich dich doch mal direkt am Anfang. Also südkoreanischer Humor, das ist ja schon ein bisschen spezieller. Jetzt gerade für unsere westlichen See-Erfahrungen, oder? Ja, das ist manchmal ein bisschen nicht verwirrend, aber doch schon. Ich sage mal, es ist nicht ein Film, den du mit deinen Kindern angucken würdest. Bei dem Humor, den die öfter mal haben. Aber ich erinnere mich dann immer, auch wie bei dem Film jetzt auch wieder, so ganz gerne an so die Anfangsfilme von Jackie Chan. Die auch so schon aber noch aus der asiatischen Richtung kamen. Wo der Humor auch auf jeden Fall nicht mehr tauglich ist für 2024. Aber in die Richtung geht das dann manchmal halt wirklich. Und aber auch nie bös gemeint. Halt nur immer ehrlich und wie auch die Faust und Schläge und Tritte immer schön in die Fresse. Und ich mag das schon. Also ich muss da dann immer schmunzeln und lächeln und denke mir, gut, dass du die Filme alleine guckst und dich keiner dafür ein bisschen rügt, dass das nicht mehr lustig ist. Aber doch ist schon lustig. Es ist auf jeden Fall super brachialer Humor irgendwie in der, also ich finde, es ist immer so sehr albern. Gerade auch hier in Mission Cross. Also Körperfäkalien spielen hier in mehreren Szenen eine Rolle. Und das ist ja irgendwie schon ein Humor, der nicht immer zieht. Aber ich muss da auch sagen, gerade weil ich finde, die beiden HauptdarstellerInnen, die machen das so gut. Die nehmen das so ernst. Und es gibt eine Szene, wo Kang-Woo, gespielt von Hang-Joon-Min, so eine Nerd-Brille auf hat und die Augen so groß sind. Und das ist so ein abgegriffener Gag. Aber er hat das so gut delivered. Ich fand das richtig lustig. Ging dir das auch so? Ja, und dann ist ja auch noch was dabei. Und schnarrt da rum. Also auch am Anfang kommt der ja auch eigentlich, wenn man es so nimmt, ist ja auch seine Ehemann-Rolle. Am Anfang ist ja eine Rolle. Und da ist er ja auch nicht so, der, wer nie denkt, das ist ja ein Actionheld oder so eine Art. Nein, das ist, in Klammern mal jetzt ein Lappen. Der lässt sich von seiner Frau aber auch noch treten unter den Tisch, aber ordentlich. Und dann muss noch mal fragen, ob er sich noch ein bisschen Geld nehmen darf. Und kriegt dann auch noch mal oben einen drauf. Aber dann springt der halt auch so in seiner Rolle immer hin und her. Und das ist halt auch großes Schauspiel. Also das ist richtig stark. Du nimmst ihn halt alle Facetten ab, die er macht. Oder sie unterhalten zumindest immer. Ja, voll. Und das gilt auch für sie. Also ich finde schon bereits am Anfang, wenn sie halt völlig irgendwie genervt von ihrem harmlosen Ehemann ist und einfach, also sie ist ja wirklich völlig durch. Also sie verpennt erstmal, dann kriegt sie noch so einen Drogencocktail von ihrem Mann, damit sie überhaupt fit ist. Und auch was sie für Cremassen ziehen kann, wirklich dieses, also ne, Krassi, dieses Resting Bitch Face, also wirklich dieses Ultra-Genervte, fand ich so lustig. Ey, sie ist halt, ich glaube, mit der würde ich gerne mal einen trinken gehen. Die würde mich zwar sowas von unter den Tisch laufen, aber die ist, glaube ich, gut drauf. Karaoke mag sie auch. Ey, let's party, baby. Voll. Und die hatten beide auch, fand ich, so eine schöne Chemie. Also, ne, man muss ja sagen, die Handlung, das ist ja wie irgendwie viel, finde ich so bei Action-Komödien, die ist natürlich einfach nur Mittel zum Zweck. Da ist jetzt irgendwie nichts Besonderes dabei. Auch wenn der Film ja tatsächlich mit, ja, vielleicht könnte man sagen, einem kleinen Twist aufwartet. Aber die beiden haben einfach Bock. Auch wenn sie, also am Anfang, wenn sie eingeführt wird im Einsatz, schnappt sie sich so einen Elektroschockring und man merkt einfach, sie hat richtig Bock. Jetzt ging's da zu schocken. Oh, ey, gerade die Szene, gut, dass es anspricht, die Szene, da kam wieder so richtig schön Jackie Chan, so Cynthia Rockwood oder auch ein bisschen Michelle Yeoh-Vibes von früher. Das ist nämlich das Ding, und da hätte ich gehofft, dass diese Action-Szenen, so Martial-Arts-mäßig, wie sie die Leute da zerkloppt, dass da wirklich mehr von kommt, weil die fand ich richtig gut, auch gut gemacht, auch gut choreografiert. Da wollte ich, das ist das Einzige, wo er mich ein bisschen enttäuscht hat, der Film. Es kommt später, am Schluss kommt noch mal ein bisschen Schlägerei im Finale. Aber sonst ist da sehr viel Gunfire. Es wird halt sehr viel geschossen und halt sehr viel Komik auch rein, was auch super unterhaltsam ist. Aber ich hätte doch schon ein paar Kloppereien von ihr gerne mehr gesehen. Gerade wie du sagst mit diesem Elektro-Ring, ist das schon sehr feuerlich. Das ist ja auch für das südkoreanische Kino ein bisschen ungewohnt, weil man in Südkorea ja ganz, ganz schwer an Handfeuerwaffen und irgendwie größere Kaliber rankommt. Das ist ja da super reglementiert und deswegen sieht man ja häufig auch in den ganzen Gangster-Filmen eher selten Waffen. Und hier wird am Ende auf jeden Fall ordentlichst geballert. Ich fand auch die Action, also die hätte besser sein können, aber ich finde gerade, wenn man so ans US-amerikanische Action-Comedy denkt, wo dann irgendwie Catherine Heigl irgendwie eine Agentin spielen soll und man merkt, nee, also das kaufe ich dir überhaupt nicht ab. Dafür, finde ich, war die Action schon echt gut. Also da finde ich, ist gerade so im Vergleich, dieses Action-Comedy-Genre ist meistens irgendwie die Action sehr, sehr austauschbar, oder? Ja, also wenn du halt gerade irgendwie Schauspieler dann nimmst, die eigentlich eher so für Rom-Com-Star sind, man nimmt den halt nicht ab in den USA, weil die, glaube ich, da nicht so einen Bock drauf haben. Die machen es dann mal, um ihre Bandbreite vielleicht zu erweitern, um was anderes gemacht zu haben. Und ich habe jetzt auch ganz viel gelesen, der wird halt oft mit Mr. und Mrs. Smith oder so verglichen. Aber ich finde dann doch schon eher, dass er so in so eine True-Lies-Richtung geht, obwohl da halt Jamie D. Curtis ist halt nicht bei der Polizei, aber wenn die da jetzt einen anderen Job hätte, der auch ein bisschen härter ist. Bei Mr. und Mrs. Smith, ich glaube, warten Sie, dass sie beide voneinander wissen, was sie machen? Die erfahren das. Also die denken beide nicht, dass sie es sind. Also da wissen beide am Anfang nicht, dass sie krasse Profi-Killerinnen sind. Ah, okay. Aber ja, aber auf, also den Film finde ich deutlich besser. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Voll. Also ich kann den Vergleich schon irgendwie verstehen. Das ist, also, ne, ich glaube, das ist halt kein Spoiler. Das ist klar, dass die beiden am Ende halt auch zusammen krasse Action abliefern. Das sieht man auch bereits im Trailer. Aber ich fand spannend, dass das so lange hinausgezögert wird. Also der Film geht ja ohne Abspann, würde ich sagen, bis ja fast bei knapp so 90 Minuten. Und das dauert ja ganz schön lange, bis dieses Verwirrspiel oder dieser, ja, ne, dass sie denkt, dass er sie betrügt, bis das aufgelöst wird und sie dann am Ende halt ordentlich abruhlen. Das hätte ich gedacht, dass das viel früher passiert und der Film da länger sich drauf konzentriert. Ja, ich glaube, die wollten diese Verwechslungsschiene noch ein bisschen durchziehen, damit der, da ist ja, du hast ja gesagt, da ist ein Twist drin und ich finde, für so eine Art Film hätte ich da sowas gar nicht erwartet, diese Art. Und da ist der kommt wirklich schon gut. Also ich habe damit nicht gerechnet in dem Moment. Und dann ist ja das Finale, wie du sagst, da ballern die ordentlich durch, die beiden zusammen. Und das zeigt sich dann, glaube ich, auch aus. Also zwischendrin hat er so, er hat ja keinen Hänger. Das kann man nicht sagen. Er ist ja immer noch lustig und das passieren ja Sachen. Die ganze Zeit passiert ja auch was. Aber die Action zwischen den beiden zusammen, die man halt sich dann auch erhofft oder denkt, da passiert oder artet es aus, die kommt dann, wie du gesagt hast, ja wirklich sehr spät. Aber dann hat es natürlich ein richtig schön brachiales Finale, was nochmal richtig aufwartet mit allem, mit wirklich allem. Das ist krass. Voll. Ich fand auch komisch, also ich bin bei dir, der hat ein gutes Pacing, der geht immer gut nach vorne. Ich fand auch nur, also bis zu diesem Finale schwankt er immer zwischen dem lustigen Plot, wo es halt um diese Verwechslung geht. Auch es gibt die Szene, wo ihre Kollegen die Szene nachspielen, wo sie ihn gesehen haben, wo sie denken, dass er halt seine Affäre trifft. Und sie das dann, also man sieht dann beide Szenen. Man sieht dann quasi ihn mit der Frau, die er trifft und die Kollegen von ihr, die das dann nachsprechen. Und das fand ich auch eine super lustige Szene. Und auf der anderen Seite hat man dann halt diesen Action-Plot oder diesen Thriller-Plot, der sich ja überraschend ernst nimmt. Das fand ich sehr spannend. Ich definitiv auch nur, ich verstehe bei einigen Reviews, die ich heute mitgekriegt habe, auch nicht, dass Leute sich darüber beschweren, dass der seine eigene Linie nicht findet. Ich finde, der macht nämlich gerade diesen Spagat zwischen lustig und Action, macht der richtig gut. Man muss sich halt, wie bei jedem Film, ein bisschen drauf einlassen, weil es ist ja schon ein harter, tonaler Knall. Aber ich fand das also optimal. Also letzte Zeit selten was Besseres gesehen im Action-Comedy-Bereich. Ich kann das verstehen. Ich glaube, ich hätte mir auch noch gewünscht, dass der noch, also es da dauerhaft lustiger ist. Also die nackte Kanone-Filme, um jetzt mal irgendwie auch so einen richtigen Klassiker rauszuhauen, die sind ja konsequent ultra lustig. Aber ich muss sagen, ich fand auch in den besten Momenten kommt das ja auch so, finde ich, vom Comedy-Timing dran. Ja, ja. Und er bietet dazu halt noch, dass er erwachsener ist. Er ist ja auch ordentlich blutig. Also er ist dann schon auch noch richtig Action-Film. Und das ist eigentlich so, einige Leute haben gesagt 2000er. Ich so, nee, das ist eher so vom Action-Comedy 80er, Anfang 90er, weil da war dann die Härte noch drin. Da sind auch Leute gestorben. Aber es war hier ein Kopf und ein Halber. Ich glaube, mit Burt Reynolds war der und so einem kleinen schwarzen Jungen. Richtig, das ist auch eine gute Action-Comedy, aber die geht auch hart zur Sache teilweise. Da werden auch Leute erschossen, aber ist immer wieder lustig. Und das ist der Film halt in jedem Moment auch voll. Und er tappt dabei halt nicht so in die Klischees. Also natürlich, die Figuren sind irgendwie krasse Klischees, weil sie ist halt, ne, die harte Polizistin, auch, ne, sie hat natürlich kurze Haare und er ist dann erstmal so undercover, er ist ja wirklich so der softeste, harmloseste Ehemann. Wie man irgendwie denkt so, okay, ja schon sehr lieb, aber auch ein bisschen langweilig. Aber wie das am Ende aufgespielt wird, da sind ja beide gleichwertig, ne. Das finde ich sehr cool, dass das nicht irgendwie, dass da einem von beiden irgendwie mehr, mehr Screentime oder Bedeutung gegeben wird. man versucht wirklich auch gleich bei den Endkampf, dass beide kriegen ihren Gegenpart, dass beide was zu tun haben und zum Schluss hin, ich muss gerade überlegen, sind sie wirklich komplett gleichwertig, auch wer jetzt der Held am Ende ist. Und das ist, das ist wieder erfrischend, schön und ohne großes Brumborium, ein gutes Action-Ding. Ja, weil das ist ja auch so ein Ding häufig, ne. Wenn ich denke, also ich fand zum Beispiel Night and Day nicht schlecht mit Tom Cruise und Cameron Diaz, aber auch da ist es natürlich so, er ist der krasse Agent und sie ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ist irgendwie Automechanikerin und sowas und gerät da rein und das ist ja dann doch häufig irgendwie ein Trope und aber sie kann hier halt auch ordentlich abliefern und das ist, finde ich, auch einfach schön. Ja, dass da einfach drauf geachtet wird, dass beide Figuren genug Leinwand auch kriegen, weil du hast ja den Part eigentlich mit ihm, der finde ich zwischendurch doch ein bisschen zurückfällt, gerade kurz vor der Mitte, sieht man ja eher, wie sie am Ermitteln ist, also auch bei ihm und bei ihrem normalen Fall und ihn immer nur ganz kurz und dann schwankt das ja ganz kurz wieder zurück, dass man halt seinen Auftrag sieht, gerade wo du auch meintest, mit der Brille, dann kommt dieser Part und dann hat man sie ein bisschen weniger und dann kommt halt das grande Finale, wo beide halt wieder gleichzeitig auf der Bühne stehen und sagen wir mal Schellen verteilend. Ja, voll. Ich fand auch von der Länge, ich fand das super gut. Also Netflix-Filme, finde ich, haben häufig das Problem, dass die zu lang sind. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Netflix einfach den Regieleuten sagt, ihr könnt da so lang machen, wie ihr sollt. Auch wenn man ja sagen muss, das hast du, glaube ich, rausgeguckt, das ist kein Netflix-Film, sondern Netflix hat den eingekauft, richtig? Ja, Netflix hat den eingekauft, der sollte eigentlich im Februar diesen Jahre schon rauskommen. straft mich Lügen, ich glaube, die Produktionsfirma heißt E-Entertainment und die hat das dann an Netflix verkauft und ich hoffe, es folgen noch mehrere Filme. Aber wer weiß. Ja, ich muss auch sagen, also ich würde immer sagen, lieber neun, neuer Film als irgendwie eine Fortsetzung, aber ehrlich gesagt, die beiden nochmals zusammen, jetzt wo sie sich gefunden haben und so ein krasses Team sind, würde ich mir sofort angucken. Ja, weil gerade auch die Darsteller, die beiden, die haben auch wirklich eine gute Chemie zusammen. Ja. Ich glaube, man merkt, die hatten auch ein bisschen Spaß bei dem ganzen Dreh und die kommen gut miteinander klar und das, fand ich, hat sich auch richtig schön auf die Leinwand rüber geschoben und ich habe denen gerne zugeguckt. Ich hätte, also der hätte von mir aus gerne nochmal 30 Minuten länger gehen können, ich hätte denen weiter zugeguckt, was die jetzt machen. Auch wenn die nur gekocht hätten zusammen und sich dabei streiten und wieder vertragen, wäre auch interessant gewesen. Das stimmt, das stimmt. Äh, Zero, bevor wir zum Finale kommen, hast du noch was? Zum Finale, zum Fazit. Zum Finale, das gibt es auch gleich Mob mir. Äh, nee, ich habe, ich habe, nö, ich habe nichts. Ja, dann hau gerne mal raus. Fagst gerne nochmal deine Meinung zusammen. Wie ist dein Fazit? Ich kann es ganz kurz sogar heute machen. Für mich ist das mit einer, nein, das ist eigentlich sogar die beste Action-Komödie zumindest, die ich, glaube ich, dieses Jahr gesehen habe. und die ich auf jeden Fall nicht so auf dem Zettel hatte. Und ich dachte erst, oh, besprechen wir wieder Netflix-Film. Also mit dir immer gerne, egal was. Aber Netflix, mh, okay, koreanisch, südkoreanisch, mh, mal gucken, was das wird. Aber der hat mich in allen Punkten richtig abgeholt. Der hat mich in so eine Zeit zurückversetzt von früher, wo ich dachte, ach, cool, lustig, spaßig, aber auch hart. Ähm, Chemie zwischen den Darstellern ist vorhanden. Die Action kracht ordentlich. Also für alle Action-Fans, die auch gerne zwischendurch mal lachen, definitiv schaut euch diesen Film an. Das geht mir ähnlich. Ich finde, das ist so ein Film, der so auf so einer, auf so einer leicht albernen, einfachen Ebene so sehr befriedigend ist. Also man sitzt halt vorm Fernseher oder vorm Laptop und grinst sich halt schon ein bisschen einen ab und denkt so, hä hä, eigentlich sollte ich nicht darüber lachen, aber ich tue es einfach mal. Und das finde ich einfach schön. Also, dass der wirklich voll in die, die Albernheit reingeht, das ist natürlich nicht der cleverste Film. Ich finde auch, wie der inszeniert ist, das ist schon in Ordnung, aber kommt jetzt auch irgendwie nicht an die, an irgendwie große Action-Filme da ran, aber es ist alles schon wertig gemacht. Ich finde ihn deutlich besser zum Beispiel als Badland Hunters, der ja auch dieses Jahr auf Netflix gestartet ist mit, mit Ma Dong Sok, den ja viele aus den Roundup-Filmen oder aus In Eternis hat er mitgespielt, glaube ich, ne? Ja, genau. Kennen, also da finde ich hier Mission Cross schon deutlich besser. Vielleicht noch Empfehlung, falls du oder die Leute, die zuhören, The Pirates, The Last Royal Treasure noch nicht gesehen habt, guckt euch den mal an, der ist ähnlich albern, also das muss man auch sagen, alberner Humor muss man auf jeden Fall akzeptieren, den gibt es auch auf Netflix. Ansonsten würde ich dann noch sagen, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt oder und oder Likes gibt überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt natürlich sehr gerne auf unserem Discord-Server vorbeikommen, da könnt ihr über Filme diskutieren, aber natürlich auch über die Bedeutung der Ehe und bevor ich dann das letzte Wort an Zero übergebe, habe ich mir natürlich noch ein zweites Zitat rausgesucht, was vielleicht auch das Ende des Films ganz gut, glaube ich, beschreibt. Das Zitat von Theodor Adorno lautet, nur der liebt, der die Kraft hat, an der Liebe festzuhalten. Okay, jetzt ist natürlich hier eine Brücke gemacht, jetzt muss ich abliefern. Peng, peng, tschüss, tschau, tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.